So und willkommen zum nächsten Türchenöffnungsvideo und zwar der Nummer 9, haben wir Nummer 9? Ja, wir haben die Nummer 9, ja. Und jetzt errate ich. Okay, na jetzt. Dann schauen wir mal. Ah, ja, okay. Ja, richtig. Guck mal, das reicht drei Stück. Und, nee, jetzt haben wir gleich nur noch einen. Ja. Weißt du, wo die anderen zwei sind? Ja, gegessen. Ah, das ist Apfel, das ist noch sauerer. Oh, 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 oh. Das riecht schon sauer. Aber für das Gefühl, holt man die doch. Oh, geil. Oh, oh Gott. Ich finde es super. Ich mag das. Okay, mach ich mal. Muss man gleich grün. Ah, du machst den Baum kaputt. Naja, eigentlich ist er in meiner Hand kaputt gegangen. Hä? Oh, keine Nummer 9. Doch. Doch. Auf dem Schal. Eine Laterne. Hm. Damit wir immer Licht haben. Oh, langsam schmeckt der Schauk ein bisschen süßer. Manchmal fährt es gut so. Meinst du, der brennt? Ah, Hilfe, ihr so gut ist der Kiwi. Spielkind. Ah. Ähm, Löffel, Gabel, Schere, Licht, sind verflagene Kinder nicht. Und welcher Kleiner? Ja. Guck mal. Riecht man? Nee, danke. Oh Mann. Eine Kugel. Die sollen doch Vorbilder sein. Ei, ei. Ja, genau. Aber das ist Müllentsorgung. Außerdem möchtest du doch nachher noch ein Foto machen. Der Handelkugel, ja. Okay. Mhm. Sehr gut. Ja. Also Center Shop, da hast du den Wunsch, glaube ich, vom ersten Türchen. Aber du sagst, es kommt bestimmt noch, jetzt hast du es gekriegt. Hm. Bei der Nummer 9. Tja, da gibt es ja auch noch viele andere Sachen. Ich bin echt mal gespannt, was da noch alles kommt. Wir warten ja jetzt schon einige Sachen. Ich weiß gar nicht. Und was fandest du bisher am lustigsten? Die Flinte. Die Pfeife. Tja. Pack sie doch noch mal aus. Tja war der Beste. Das war der Beste. Mhm. Es schmeckt ja Center Shop nach Erdbeeren. Einen schönen Michelin, jedenfalls süßlich. Ja, wegen dem Lolli. Aber erst, ach schon. Ha, stimmt. Tja. Jetzt noch ein bisschen Brause-Ballon dazu. Dankeschön. Kann man dann hier noch. Ein paar Milonen-Kaugummi. Auf der Seite noch die Kelle. Ja, die kannst du noch essen. Mit Kaugummi zusammen essen. Ist das für mich. Ja. Und wieder mal Kaugummi. Ja. Ja. Also das war glaube ich jetzt. Also bis jetzt so finde ich das klassischste Highlight irgendwie. Und Center Shop sind ja heute noch so im Umgang quasi. Ja. Die sind richtig gut. Da gibt es ja blaue. Mhm. Verschiedene Farbe. Geschmäcker. Aber was schmeckt der denn jetzt? Apfel. Ups. Jetzt ist er weg. Apfel. Ja. Ja. Gefühlt. Mhm. Da ist Intrezook Gel. Mhm. Was sauer ist. Und außen rum ist mehr oder weniger normal im Kaugummi. Ach, aber außen rum sauer. Ja. Da ist bestimmt noch irgendwas im Kaugummi selber drin. Genau. Also dann lassen wir uns mal für die nächsten Türchen weiterhin überraschen. Mal gucken was alles kommt. Bis dann. Tschüss. 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 Musch. Musch. Weg. Waren's. Was? Was? Ja. Ohh. Saschi. Was istrom? Nik caut. Loggeangi. rotor. Jay. imagery farmerer. Ol furyen. Easier. 여�辛苦, solange. Wir sind straγstag.